Ganz neue Season. Ich wollte es dir nur sagen, weil ich es gerade im Video gehört habe. Es landet keiner bei Punkt. Werig. Ich bin tot. Schade, was du gehört hast. Kleiner Lacker. Reck's auf mir, Mann. Okay, das ist eine Nu, glaube ich, glaube ich. Bei den Zelten sind immer noch zwei. Ich lande mal oben bei Control. Du musst das Ding öfters anmachen. Du weißt, wer ist es mein. Kein Geld. Doch, du hast eben zwei. Dicker, ich habe gekämpft. Ich kann es gekämpft, dann. Mann, Mann. Ohne Kämpf. Stopp, Munibok. Ich höre hier nichts. Ne, da ist auch nichts. Oh, der hat sie alle schon genommen, der Junge. Oh, hier ist diese PPSH. Ohne Kämpf. Ohne Kämpf. Digga, sie sind in der Lobby. Ja. Ja, er hat nichts. Komm, ich komm, ich komm. Macht Jagd auf dich, sei keine Beute. Beine landen. Ja, da oben ist auch was. Du warst hier. In deinem Haus? Ja. Ja, Junge, ich kann wirklich nicht. Hier ist ja einer. Wir können nichts. Das ist eine Lobby, sonst was. Mach weiter. Beeil dich, beeil dich. Komm. Ich will was. Ich renne einfach noch weiter. Da ist, da oben rechts ist Part 7. Da oben landet auch einer da. Einer, einer weg. Genau da, wo der Cluster gelandet ist. Da können aber noch mehr sein. Ich komm da oben drauf. Muss davon diesen zwei. Geh mal die Dinger an. Und beim Shop, die holen sich beide nur dort. Fuck. Scheiße. Hast du einen? Einer K.O. Einer K.O. Einer K.O. Ich komme jetzt wieder. Ja, einer weg. Der andere ist auch noch da unten. Da, da, der hat nichts mehr. Er hat nichts mehr dahinter. Er hat immer noch nichts dahinter. Das ist das. Weiter geht's. Los, jalla. Ja. Der Gas kommt her. Neue Sicherheitszone wird maniert. Lootout liegt hier. Hier ist Gegner. Einer weg. Sein Matebead angezeigt. Sein Matebead hier drin angezeigt, aber auf unserer Ebene. Ist er hier drin? Sensor neben. Warte. Ja, unter uns quasi. Glaub ich. Dann komm mal. Oder hier. Ja. Über uns dann quasi. Keine Ahnung, wo der ist. Oben auf dem Dach. Ich habe ihn gesehen. Da habe ich ihn gerade gesehen. Zwei Leute hier. Einer hier oben. Aufpassen. Ja, ja. Ja, oben drauf gelandet. Markiert. Ich erledige das. Ja, er hat ein bisschen kassiert. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Nein. Vier Leute da, oder? Ich fass auf. Erlebnisse. Ich habe ihn gesehen. Ja, ist denn da bei mir da? Nein! Drei Sekunden. Ich laufe erstmal weiter. Die sind da immer noch. Da habe ich das gerade gekannt. Ich habe keine Platz. Nein! Oh, von hinten hätte ich es genommen. Ja, aber bei diesen auch noch welche. Ich habe keine Platten. Ich habe nichts. Ich auch nicht. Nein! Nein, nein. Ich habe nichts. Keine Platten. Was sind die hin? Die müssen doch jetzt kommen. Mit Geld, schnell. Ich brauche Platten. Verricke hier. Ja, komm. Ja, komm mal. Drück mal zwei. Na komm! Ja! Ja, die kommen. Die kommen. Ach, jetzt habe ich ja gar keine... Auf dem Dach! Ja, Trigger, die sind da... Dropp mal Platten bitte irgendwas. Ein bisschen. Die sind da immer noch im Kämpfen. Ich muss näher ran. Ich habe keine Waffen für weit. Ja. Ich muss nochmal Platten brauchen. Verbündete Drohne in der Luft. Stöbern wir sie auf. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ab dem Himmel da kann ich... ... die haben wir sie hier. Ausgeschaltet. Da ist noch welche... Ziel. Ist da! Er ist hier drin! Ok. Bein Koffer,對不起. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich droppe Muni-Box hier unten. Hier laufen schon wieder zusammen. Oben sehe ich keinen. Drohnen hast du nicht mehr, ne? Nee, eben angemacht. Aber wir können hier ein bisschen was abcampen. Hier sind welche! Bei Decoi! Sehr viel weiß. Ja, unter mir drin! Ja, warte, ich hol ne Drohne. Oh, sein Mädchen ist geradeaus! Ja, da hinten bei dir irgendwo. Nee, da. Muss ich mich grad nochmal heilen. Einer zeigt er jetzt oben an. Ja, der Auferstehung ist gleich vorbei! Er ist direkt über mich. Kann ich dir auch hoch? Nein. Er ist unten drin. Unten ist er irgendwo. Wollen wir pushen? Wollen wir pushen? Ja, warte. Sein Mäd kommt! Dann fick ich ihn! Null! Hast du das gesehen oder was? Ja, ja, vor mir genau. Komm, weiter geht's! Weiter, weiter, weiter! Schneller, komm! Bumm, 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 bumm! Hier waren noch... ... sechs Leute! Ich find zwei, ähm... Ich find zwei, ähm... ... Schämengriffe noch was. Hundertprozentig. Ja, aber guck mal Dings, hier Zone! Ja, ich weiß! Die Zone wird markiert! Die Zone wird markiert! Top mal Geld! Top mal Geld, ja! Ich kaufe! Top, top, top! Äh, da! Ja! Yo, da und oben auf dem Dings! Wie müssen die hier vor uns töten? Du hast irgendwas fallen gelassen! Sein Maid ist da auch noch! Links oben auf dem Berg! Der müsste genau von einer Fresse sein! Er ist genau vor dir! Ja! Und jetzt waren noch die oben, äh... Ja, ich hab oben fallen gelassen! Oben auf dem... Ne! Einer vor sich! Auf der Brüstung! Gefährlich! Der hat die Brüstung als Headglitch! Vorsicht! Ach wie! Ah ja! Und sein Maid ist da jetzt auch! Ja! Ja! Gehittet! Die ganze... Shipbreak! Schade! Wir splitten! Ich geh Tower, quasi hier! Ja! Hab die dann gleich von oben! Es ist ein langer Weg bis zur Sicherheitszone! Wir müssen los! Doch! Shipbreak hat nichts mehr! Und der andere auch unter mir! Ja! Die sind beide da! Nein! Hinter dir! Hinter dir! Jawohl! Digga, bist du jetzt runtergefallen oder was? Ich... Zieh doch das Ding an, Junge! Nein! Pass auf! Ich habe im Flug... Habe ich diesen Pfeil geschossen! Und deswegen hat er das Ding nicht mehr geöffnet! Äh... Wieso springst du überhaupt? Also... Ja, ich muss springen! Weil die Zone... 29 ist okay! Äh... Lol! Ja! Ja!